Servus zusammen, der JogsRogs wieder hier mit WWE2K15. Beim letzten Mal haben wir ja hier die The Shield Fuzis halbwegs zerlegt im 2 gegen mich und da haben wir ja gewonnen. Jetzt will hier der nächste In-Pay-Per-View-Event gegen mich antreten. Natürlich mal schauen, ob das zufällig euch jetzt schon ansteht. Ja, da Battleground, The Reigns wieder. Alle klar, perfekt. Gut, dann starten wir jetzt gleich hier in den Part in einen Pay-Per-View-Match rein. Super. Natürlich schauen wir da jetzt auch mal, dass wir gewinnen. Dass wir hier dann den Bonus da kriegen. Was sagen wir, wenn wir da nochmal ausgewählt hatten beim Battleground, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Macht aber nichts. Und natürlich trotzdem auch mal gucken wir nach den Kettengriffen. So, also. Nummer 1. Ich will das hier gewinnen. Shit. Na, das war schon. Shit. Egal. Mach mal den Blatt. Fuck. So nicht. Look at Roman Reigns here. Na. Na. Come on, what a dirty move. No way. Nice reverse. Any reverse kick? Nein. Scheiße. Ooh, brutal impact. What a boot. Oh, Gott sei Dank. So. Bam, another kick. Oh, what a painful kick. Dumm, 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 dumm. The Superstar is looking great here at the top of the first. Mhm. Äh, für das, dass ich eine Mehrschläge schon mal einkassiert habe, ist ja gewaltig schlecht. Oh, what a Steinbuster. He's putting those educated feet to good use. He almost took his head off with that Lariat. Ach stimmt, beim letzten Mal habe ich ja hier gesagt, da ist der letzte von der Karriere-Trofis. That is so an sich dann eigentlich auch richtig, bis halt auf das Ganze mit uns und mit dem Andertraker zum Beispiel. Das mit meinem Superstar hier auch den Andertraker besiegen muss. Aber das gehört ja eigentlich nicht zur Karriere. Das kann ich auch einfach so machen in der WWE-Welt. Und genau da funktioniert das auch nur. Deswegen steht ja hier bei dem tollen Spiel das Ganze immer davor mit WWE-Welt oder hier Karriere zum Beispiel. Ja, das ist immer ganz praktisch. Warum nicht hier wirklich suchen, wo man die Trophäen freischalten muss. Das war der Battleground. Optimal. Rats fast rum, aber das Kettenangriff hätte ich immer noch nicht hingekriegt. Aber ich schätze mal mit der Zeit, jetzt kommt es jetzt immer noch. Immer mehr oder so. Aber mal nur halbwegs Glück. So, sagen wir mal jetzt 50.000 VC. Nochmal zusätzlich oben drauf. So 31.000 jetzt. Ja, cool. Bedeutet gar nichts. Pass gut auf dich auf. Bla bla. Ja, ja. Ist ja noch nicht mit mir fertig. Ja, toll. Bringt tut's als nächstes, ne? Macht nichts, macht nichts. Also die eine Million kommt auch immer näher. Die Geld-Teil-Trophy. Weiter geht's. Gleich jetzt das nächste Match. Nichts auf dem Plan. Alles klar. Also wieder hier. VC-Match. Dark-Match. Bray Wyatt. Gut, ich denke mal nicht, dass ich bei dem die Kettenangriff hinkriege. Aber ich kann's natürlich probieren. So, jetzt. Nummer 2. 3. Guck mal rein hier. So, 2 haben wir jetzt bisher nur. 3. 4. 4. Wenn ich jetzt überhaupt gezählt habe. Ah, scheiße. Och Mann. Einer hat gefehlt. Und so kommt jetzt auch die ganze Zeit weiter ran. Und so. So. Scheiße. Reverses. Ach, geht doch hinterher. Da dürfte es gewesen sein. Na, kommt schon. Was macht Bray Wyatt so gefährlich? Oh, jetzt kann die Superstar kapitalisieren. Und. Was? Die Superstar gewinnt. 2 Matches in guten 7 Minuten. Ja, das passt. Wenn es natürlich so wieder geht, da wird es in dem Fall jetzt immer mehr Matches als 4. Aber umso schneller kommen wir voran. Finde ich persönlich auch ganz gut. So, ja, ja. Wieder der Standardsatz. Das ungefähr vor gefühlten 50.000 Folgen angefangen hat. Von der Wiki. Also beim nächsten Titel werde ich definitiv dann das Titelverteidigungsmatch auswählen, dass sie auch mal zufrieden ist. Ja, an der Big Four dann so gesehen muss man ja nur teilnehmen, von dem her gesehen. Ist das relativ egal, ob du den Titel danach sofort wieder verlierst oder nicht. Noch nichts für mich geplant. Und, ja, ja, gut. Dann machen wir uns hier wieder gegen Batista. Oh Gott, das wird nicht einfach. Ja, Batista. So, schauen wir mal. Da ist die Beldung und hier geht es jetzt. Eine Bälle von Willen. Jetzt müssen wir in der Leiter schon wieder gewinnen. So, einmal. Zweimal. Alles klar. Dreimal. Das geht es jetzt nicht. Mist. Oh, Windkrieg ist hin. Wippala. Ah, schön Batista Bomb. Da war ja was. Sehr schön. Und da war ja. Oh, jetzt geht es jetzt. Ja. Auch wenn man ganz momentieren kann. Das ist nicht so gut. Ja. Gut. Nein. Shit. Bö? War doch nicht zu früh. Fuck. Mein Gott. Äh. Groß hochbauen lassen sollte ich den nicht unbedingt. Look at that, Cole! Nein. Ach, der bin ja nur gedreht. Nein. Ja, Bäm. Ah. So fix. Ja. Bäm. So, und. Oh, das gibt's nicht. Ja, das muss ich eigentlich hinkriegen. Für ne Trophy. Gott. Er wollte es ja nicht anders, ne? Hab ich gehört. Hm. Mach's halt so. Einmal den da. Böö. So, einmal den. W-W-Ring. So. W-W-Ring. So. Einmal nochmal hoch. Und einmal jetzt fänden. W-W-W-Ring. Hier ist dein Gewinner, der Superstar! Na los! So, wir schauen, verbessern, Eigenschaften. Ja, einmal was ist das? Ach Mist, da war das Lichtsträger schon da. Hätte es gleich machen können. So, genau. Das hier, das würde auch gehen. 30.000 Schade ich, dass es nicht geht. Gut, machen wir jetzt einmal das hier. Genau. Und danach noch einmal das hier. Fast. So, was nehmen wir noch? Angriffstempo definitiv auch. Bewegungstempo. Hm. Ah, scheiß drauf. Und Griffstempo ganz wichtig. Genau. Agilität. Ausdauer. Machen wir mal das Upgrade. Ja, und Schwung. Noch schneller voll. Genau, das würde ich meinen. Das reicht jetzt erstmal. Jut, jut, jut. Natürlich hier bis zu einer Million. Äh, VC. Zählt das Ding natürlich hoch. Na, das Game hier. Trotz Ausgaben. Ah, immer noch nichts geplant. Also nochmal hier. Gegen Kofi, irgendwas Kingston. Ja. Natürlich mal wieder ein Darkmatch. Und den Rest in V10er zusammen. Sobald ich natürlich dann Geld habe. Geht es dann nur noch in Vorbereitungsmatches. Damit ich mehr Follower kriege. Und dass ich somit wieder schneller vorankomme. So. Dann mal gucken. Einmal. Okay. So. Zweimal. So, da war es hier. Zweimal Maximum. Na. Mist. Gibt es das auch? Scheiße. Scheiße. Ah. Ich denke mal nicht, dass es hier groß was wird. Das war CM3. Ne. War klar. Ja. Echt. Shit. Ah. Geld bei. Äh, 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 äh. The Secret button. Geil. So. Anmal einer. Ja. ach shit, point, fegt ihm alle beiden so, scheiß auf sein Comeback ach ja, das durfte es gewesen sein, Kollege so, he thinks he has it, two, three, the match is over, that's all she wrote well, we got a couple of highlights here here is your winner, the superstar! ich glaube die haben jetzt einen, weiß ich, keinen Bock mehr auf mich ohne, aber definitiv kommen die später wieder, mit irgendwas so, was sagt die Uhr, also relativ sind wir schon gut dabei, ne? also ein Match geht auf jeden Fall noch, das nehmen wir noch mit gehen wir auch gleich direkt dahin, ohne irgendwas zu verbessern so viele Pünktchen auch wieder nicht, und das andere Zeug geht ab jetzt hier ist dann schweineteuer also gleich los, ach guck mal hier, Survivor es ist toll wieder in der WWE zu sein ach der Ric Flair, ach du scheiße wir haben das hier, figure for a leg, oder sowas leg, figure, figure, irgendwie sowas sein Finisher letzter Zeit, wie du diese Übersage hör, blala ich sehe ein spezielles Match, das ich für ihn plane okay Tag Team naaa okay ja gut Dwayne The Rock Johnson und wie ist der andere jetzt nochmal mit seinem Mittelfinger jedes Mal, wie hieß denn der? Aston Cole, stimmt, Steve Austin und hier kommt The Rock, um dieses Tag-Match zu starten Ah, ich hab's vergessen Tag Team die Zeit ist nicht naaa fuck was ist denn jetzt los? da da nein gerade nicht soo, The Rock hat schon mal wieder nicht die Probleme hier, oh nein oder was? ne ne nah ja ne sooo Der Rock ist erinnert. Ich sehe immer einen Schmell, was der Rock ist cooking. Normalerweise wäre ich jetzt in der Sonne-Match für Der Rock. Aber es ist so cool, je nachdem. Gegen mich nicht. Nein. Ach nö. Gut. Oh, mit dieser Lauf noch. Ähm. Ähm. So. Äh, viel hält er aber nicht aus. Der war schon mehr stabiler. Au. Äh, viel hält er. Shit. Ähm. Wasch. So. Nehmen wir den auch noch. Nein. Er ist fertig. Er ist fertig. Ja, nochmal. Nächste Schild war. Adies Barodi. UFG Moment. Näh. Shit. Ja, was weiß. Probier mal halt. Oder auch nicht. Hier ist er. Hier ist er. So. Mal schauen. Gott. Gott. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. Oh. Oh. Talk about getting flattened. And the knuckles connect. And down he goes. Oh. Ach ne. Oh. Jetzt glatscht der echt wieder ab. So. Aw. Not like he didn't. He he. What a move. Great reversal. Aw. There's the tag. And he's ready to roll. Ah. Night. Oh nein. And he has to make a tag to his fresh partner. Hä? Zu früh, zu spät. Oh nein. Weil Bad Ries was wäre. Scheiße. Ähm. Hm. Zu früh. Aha. Jetzt aber, oder was? Der hat er gar nicht hergenommen. Geil. Hm. So. Zack. Mach mal was. Äh. Zu. Einmal das. La 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 la. Oh my gosh. What a move from Steve Ashton. Now that's how you impressed the WWE uniform folks. Oh. Good lord. Look at the fire in his eyes. Oh. His back. Franching into the ground. So. No. He wasted no time. And he gets the shoulder off. These superstars looking for a victory. Looking to build momentum. Attack broken up there. stayed. No. Mach halt mal was. Kollege. Backfish. Ja ja. Ja. Nee. Ei. Und er ja. Au. Fuck. Mhm. Ja, wenn es heute länger dauert, ne? Wie kann man denn jetzt hier mal betteln oder sowas? Ja, nice! Boah! Also gut, das hat sie jetzt so ein bisschen gezogen. Aber egal, noch ein Sieg mehr. Und die Vorveranstaltung für das PPB abgeschlossen. Ja, Klassiker. Mhm. 66.000 VAC wieder. Ich werde nämlich jetzt hier nur noch schnell fix hier reingucken in die Eigenschaften. Was man da noch hier groß verbessern könnte. Machen wir hier natürlich das hier. Ja, das war's auch schon. Gut, ja. Dann soll es das für jetzt gewesen sein. Habe ich ja eh schon wieder überzogen durch das Tech-Team. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt. Beim nächsten Mal wieder, ne? Also bis demnächst. Haut rein. Schönen Abend noch. Servus. Ciao. Ciao. Ciao.